Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Oh, habe ich vergessen zu sagen beim letzten Video. Egal. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine tolle Verlosung. Heute gibt es eine tolle Verlosung und zwar, weil ich 200 Abonnenten habe. Über 200 Abonnenten. Ich wollte eigentlich eine 100 Abonnenten Verlosung machen und dann auch eine 200 Abonnenten Verlosung und dann im nächsten Monat oder im nächsten paar Monaten oder im nächsten halben Jahr, keine Ahnung, 300 Monate Abonnenten Verlosung. Ja, die ersten 100 Abonnenten und die zweiten 100 Abonnenten, die kriege ich jetzt hier in einem Video untergebracht. Und zwar verlose ich einmal diese vier Flaschen hier und zwar ist das von der Firma Naturebox. Die habe ich in meinem letzten DM-Hall gezeigt und ich habe mir gedacht, nehmen wir die mal mit für die Abonnenten, die sich dafür interessieren, die sich für meinen Kanal interessieren, die dabei bleiben, dabei geblieben sind. Und ja, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich sehr, sehr überrascht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, hallo 200 Leute, die diesen Kanal verfolgen oder auch mal zwischendurch verfolgen oder vielleicht auch mal zwischendurch abspringen. Also ich war mir aber ziemlich unsicher, soll ich jetzt eine 100 Abonnenten Verlosung machen? Wenn du kurz nach 100 stehst, dann hast du immer die Befürchtung, da springen ja eh wieder welche ab. Das ist ja immer so ein Kommen und Gehen. Und ja, da hast du dann eine Verlosung gemacht für 100 Abonnenten und dann hast du nur noch 15. Ja, deswegen, ich habe dann auch nicht mehr so daran gedacht. Und ich freue mich immer über jeden Abonnenten, das ist klar. Deswegen wollte ich das an euch weitergeben. Alles, was ihr dazu tun müsst, steht unten in der Infobox. Ja, ihr müsst 18 Jahre alt sein, sonst brauche ich das einverständigste Eltern. Ihr müsst Abonnent von diesem Kanal sein. Ihr müsst diesem Video einen Daumen nach oben geben und ein Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag Ich will gewinnen. Einfach herstellen unten unter, ich will gewinnen und dann werde ich das entweder manuell ziehen mit Zettelchen. Es kommt drauf an, wie viele Leute da kommentieren. Und ja, oder halt mit einem, mit so einem Dinge aus dem Internet, ich weiß nicht, wie das heißt. Da muss man halt alle, ich glaube, den Link des Videos eingeben. Muss ich mir nur mal genau anschauen. Auf jeden Fall wird das dann automatisch gezogen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht einfach mit und würde mich natürlich freuen. Diese Verlosung, die geht bis, ich glaube, das wird auch unten in der Infobox stehen. Und ja, sorry, das ist meine erste Verlosung hier auf YouTube. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Verlosung machen könnte in dieser Art. Aber ja, und ich freue mich wirklich sehr, sehr. Ja, so, halten wir dieses Video kurz. Ich hoffe, dass viele mitmachen. Und ja, somit wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.